Ja Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Ja, erstmal geht es darum, um Geburtstage des Oktobers. Unter anderem auch über meinen Geburtstag. Und zwar möchte ich mich bei allen bedanken, die an mich gedacht haben am 8.10. Oktober, die mir gratuliert haben. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr über die Glückwünsche gefreut. Und ja, ihr werdet wahrscheinlich euch jetzt wundern, hä, das ist ja jetzt schon über eine Woche her. Ich mache das aus dem Grund, weil erstens ich meine Videos vorgeplant habe und zweitens meistens immer noch so eine Woche oder zwei Wochen immer noch Gratulationen reingehen. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, mache ich das erst in zwei Wochen, das Video. Das heißt, wenn ihr diese Aufnahme bekommt, ist das quasi schon zwei Wochen her, wo ich das aufgenommen habe. Ich habe das sozusagen vorproduziert. Ja, nichtsdestotrotz, ich habe mich echt sehr gefreut über viele Glückwünsche. Unter anderem war ich sehr, sehr begeistert, wie viele mir gratuliert haben. Und wie viele wirklich daran gedacht haben an dem Geburtstag. Unter anderem habe ich das auch diesen wundervollen Kalender zu verdanken, den Kim, also mein Discord, sowohl Teamsweek-Techniker, erstellt hat. Natürlich auch sehr, sehr viele private Freunde, sowohl auch Familienmitglieder, die mir gratuliert haben. Es ist echt schön sowas. Und ja, war ein sehr, sehr schöner Tag für mich. Und obwohl das an sich für mich nicht immer ein leichter Tag ist, der 8.10., weil ich leider auch schon was Schlimmes erfahren, also Schlimmes erlebt habe, was heißt erfahren habe. Ja, an dem Tag habe ich auch was Schlimmes erfahren. Aber ja, ich bedanke mich an der Stelle. Und an der Stelle sage ich schon mal Dankeschön fürs Anhören. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Nochmal vielen, vielen Dank für eure Glückwünsche. Bis zum nächsten Mal.